Es gibt aber einen Bereich, den ich heute noch mal auch vorstelle, der für uns alle, glaube ich, ein Thema ist, und zwar Schönheit und Anerkennung. Und dann gehen wir hier einmal zur nächsten Vitrine rüber. Folgt mir. In der Vitrine sehen wir, passend zur Farbe der Ausstellung, drei goldene Exponate. Sie gehören Dr. Christian Fitz, einem plastisch-ästhetischen Chirurgen aus Stuttgart. Und es sind seine Arbeitsutensilien. Aber sie sind vergoldet. Warum sind sie vergoldet? Dr. Fitz hat 2012 eine Klinik geöffnet, die Privatklinik auf der Karlshöhe. Und fünf Jahre später, zum Jubiläum und aufgrund seines großen Erfolges, hat ihm sein Team, das Zeichen der Anerkennung, für seine Leistung geschenkt. Das ist das, was er so jeden Tag, wenn er operiert, braucht. Das ist sein Werkzeug. Es ist die goldene OP-Haube, das goldene Skalpell und ein goldenes Brustimplantat. Und warum Brustimplantat? Weil Dr. Fitz vor allem auf Brustvergrößerung spezialisiert ist. Er führt teilweise 700 davon im Jahr durch. Und jetzt denkt man sich, gut, ästhetische Chirurgie, das würde ich nicht machen. Aber das ist nur ganz oben an der Spitze dessen, was man mit seinem Körper, mit der Baustelle Körper tun kann. Die meisten rasieren, machen Fitness, essen gesund, achten auf ihre Ernährung, zupfen, epilieren, was man nicht alles tun kann. Und warum tun wir das alles? Weil wir einem gewissen Schönheitsideal entsprechen wollen. Wir wollen immer schöner sein. Und die Medien, vor allem in unserer jetzigen Gesellschaft, zeigen uns, wir können immer schöner sein. Die Körper in den Medien sehen so aus, wie kein Körper heranreichen kann. Diese Leistungsgesellschaft und Konsumgesellschaft hat ein Bild von Körpern erschaffen, das fast alle normalen Körper mangelhaft erscheinen lässt. Und deswegen arbeitet man an sich. Weil Schönheit auch Erfolg und Anerkennung bedeutet. Schön ist immer gesellschaftsabhängig. Die Gesellschaft legt fest, was schön ist. Aber wenn es festgelegt ist in einer Zeit, dann wollen wir dem entsprechen. Und beispielsweise momentan, mal können große Brüste innen sein, mal können es kleine sein, mal kann es ein großer Hintern sein, mal ein kleiner. Und wenn man so weit teilweise ist, dass man auch Leidensdruck fühlt, weil man nicht so aussieht, wie man es sich von sich selber vorstellt, dann hat man das Gefühl, es kommt aus mir heraus. Ich möchte anders aussehen. Auch Dr. Fitz berichtet davon, dass viele PatientInnen zu ihm kommen mit hohem Leidensdruck, den er lösen kann und dann auch zu Glück und einem anderen Selbstwertgefühl führen kann, dass er diese Operation durchführt. Also ist das bestimmt ein Thema, die Gier nach Schönheit oder das Verlangen nach Schönheit, wo man darüber diskutieren kann, ist das Gier, wie die Gier nach Geld oder nach Besitz. Natürlich steht dahinter auch Geld, eine große Industrie. In der Ausstellung haben wir uns gedacht, dass wir sagen nicht bei allen Themen, das ist Gier. Wir haben es so gesehen und in die Ausstellung eingebracht, aber wir fragen alle unsere BesucherInnen. Dafür haben wir auch diesen kleinen Blog hier direkt am Eingang, was ihr darüber denkt. Wenn die Ausstellung wieder offen ist, könnt ihr alle in die Ausstellung kommen. Das würde uns freuen und uns auf diesem Blog eure Ansichten dazu da lassen, ob ihr auch in Sport und in Schönheit Gier seht. Und auch natürlich in all unseren anderen spannenden über 30 Themen. Ich wäre hier fast schon am Ende. Ich lade euch ein, mir Fragen darzulassen, die ich auch gleich beantworten würde. Ihr könnt schon mal tippen und euch überlegen, was ihr gerne wissen wollen würdet. Ich werde mich redlich bemühen. Und während ihr schon tippt, komme ich so zum Schluss und kündige was eigentlich auch Schönes an und werfe noch einen anderen Blick auf das Thema Schönheit. Und dafür mache ich einen Schritt zur Seite. Und zwar schauen wir nochmal auf dieses T-Shirt in einer etwas anderen Vitrine. Es ist eine von zwei runden, roten Vitrinen. Man mag nicht an das Gefühl Gier denken, sondern an Liebe, was da drin steht. Und das ist genau richtig, denn in dieser Vitrine geht es um das Thema Selbstliebe. Dieses T-Shirt wurde von der Selbstliebe-Plattform Bauchfrauen gestaltet zum Frauentag 2017. Korrespondiert also gut mit den Objekten von Dr. Fitz. Eine der Gründerinnen von Bauchfrauen, Sandra Wurster, hatte damals das Gefühl, wir müssen was machen, dass Frauen wieder wahrnehmen, wie normale Brüste aussehen. Und dass das Leben, das steht hier nämlich, life's for sure to be the same, dass es wichtig ist, sich selbst so anzunehmen und wahrzunehmen, dass man wertvoll ist, statt aussehen zu wollen, wie man das Gefühl hat, aussehen zu müssen, wie alle anderen. Was natürlich auch heißt, was natürlich auch die Frage aufwirft, ist dann Apparieren nicht auch eine Möglichkeit. Auch da könnt ihr einfach eure Meinungen dazu dalassen. Und wieso ich jetzt sage, dass hier drin Liebe drin steht. Die Selbstliebe ist eine Überleitung dazu, zu einer anderen Ausstellung. Denn bei der Gier beschäftigen wir uns jetzt zuerst mit diesem Gefühl, aber es ist nur eine Ausstellung von dreien. Es ist eine Emotionstrilogie, bei der wir uns mit drei Gefühlen beschäftigen, die die Menschen antreiben und beeinflussen, eine wichtige Rolle spielen. Denn Gier ist das erste Gefühl. Danach kommt ab Dezember diesen Jahres das Gefühl Hass. Und abschließend werden wir mit dem Gefühl Liebe. Und diese Vitrine ist sozusagen schon eine Überleitung zum dritten Teil dieser Ausstellung. Und das ist das Gefühl. Und das ist das Gefühl, sobald sein. Vielen Dank.